Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Träumen Sie von schmackhaften Spezialitäten aus dem Balkan? Dann statten Sie Merak Traditional Jackal Barbecue in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße doch einen Besuch ab. Hier erwarten Sie besondere bosnische Köstlichkeiten vom Holzofengrill. Genießen Sie die leckeren Civapcici, Pleszkavica und Hühnerspieße, die nach traditionellem Familienrezept zubereitet werden. Auch das hausgemachte Fladenbrot sowie saftige Burger vom Rind und Huhn zählen hier zu den Highlights. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch leckere Desserts wie süße Baklava, Hurmaschica und Tufachia, die zum bosnischen Kaffee gereicht werden. Sie werden begeistert sein von der Top-Qualität der stets frisch gezauberten Speisen, dem modernen Lokal mit Wohlfühlambiente sowie dem überaus freundlichen Inhaber Mirnel Sadovic und seinem kompetenten Team. Merak – tauchen Sie ein in die umwerfende Balkanküche und lassen Sie sich verwöhnen!